Ich kann sie nicht locken. Mach ein Stück tiefer. Ja, du kannst sie hier nicht locken. ...über die Landschaft bekommt. Oh! Es hat schief gehen können. Es hat schief gehen können. Ja, wir spielen hier noch. Ja, wir spielen noch. Ähm. Ja, hier ist einfach nichts, glaube ich, auf der Eisfläche. Ah, da waren immer schon Schneemänner. Oh, fuck, ich sehe... Ach, das ist eine von uns. Gut. Wollte grad schon sagen, ich sehe hinter uns ne Lip und ne Gal. Äh, Lip könnte ich mit beschießen. Galaxy wird schon wieder hässlich. Oh, wir kennen mal hier. Oh. Oh, ja, tschüss. Körbis hinter uns, hinter uns Körbis. Was? Umdrehen bitte. Einmal umdrehen. Körbis bei der Baumgruppe hinter mir. Baumgruppe geradeaus. Link. Alter. Ist zur Hölle. Digga, was tust du? Weiß ich nicht. Da ist ne Skite. Weiß ich nicht. Der Link ist gar nicht so geil. Die ADAC-Lip. Hast du ihn? Habt ihr ihn? Weg. Ich hab' beschossen. Und was beschießt uns? Das Ding. Wo ist da ne Lip? Ich sehe sie nicht. Direkt vor uns. Okay, jetzt. Hast du das Foto, die anlocken kann? Ja. Du hast Pantounterdrückung, Markus. Denk dran. Äh, X, ne? Ja. Und F glaub' ich auch. Oh, de... Ja, das ist ne Slaffer-Lip. Hier, bleib' stehen. Leer-Taste, Leer-Taste. Sauber. Das wird wieder so gut wie neu sein. Rap, 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 rap. Der Rauch verratet uns. Ja. Okay. Versuch' weiter Richtung Ding zu kommen. Der denkt sich auch grad' scheiß Oluf, Leute. Weil das ist ADAC. Ah, die ADAC. Ja, ADAC ist unser Gegner. Unser Hauptgegner. Erzfeind. Erzfeind. Warum? Ah, die ADAC. Keine Ahnung. Da kennen wir genug aus dem Outfit und wir haten uns immer so'n bisschen hin und her. Aber ist so ne Hassliebe, weißt du? Das ist wie Karlsruhe in Stuttgart. Hassliebe. Ja, ne Hassliebe. Das ist ja purer Hass. Man liebt sich, aber freut sich, wenn man sich tötet. Ja, so ungefähr. Wohin fahren wir? Oh, da ist was. Harissa. Harissa. Töten. Nein, nein, wir brauchen Kürbis. Kürbis wären wir lieber. Dreh dich um, dass man Fudo ausschießen kann. Nein, ich hab doch nur Lock on. Harry weg. Ja, aber du kannst sagen, ich hab den Harry weg hier. Dicker. Dicker. Drück mal Y lang. Upsa. Ja. Ich bin tot. Ja, getroffen. Tot. Bei Sorum sind wir einfach besser eingespielt. Oh, Fudo ist tot. Ja. Ja, ist alle nur dreimal tot. Ich hab nur einmal tot gehört. Spawn beaken? Steht. Steht. Trepp gleich. Das ist ein paar Skites. Ich glaube, dass du nicht auf uns landest, ne? Ja. Du kannst das Ding nicht mehr so lenken wie früher. Doch. Doch, doch. Okay, let's go. Geh, du wirst tauschen. Dann halt so. Da vorne raucht was. Direkt vor uns. Brennt. Mach ihn weg. Mach ihn weg. Come on. Yes. Oh. Lightning Kill. Da vorne ist wieder ein Harasser. Fudo, wir tauschen jetzt und du fährst mich vor das Vehicle Terminal. Okay. Und da bleibst du kurz stehen. Ja. Schaffst du noch Y zu drücken? Nee, du hast mir keine Anfrage gestellt. Densersert abgelehnt. Densersert abgelehnt. Ich drück Y jetzt so. Wohin? Ja, jetzt fahr weg. Fahr weg. Und jetzt kannst du wieder. Wohin denn? Drück doch wieder Y einfach. Hier einfach im Kreis fährt werden wir abgeschossen werden. Wohin, wohin? Weg vielleicht von dem Schießen denn? Freundlich von Sandi. Na, futtertum was mit. Mit was denn? Wanderer. Ihr habt doch nur das Ding, die... Lock-on kann man auch auf sowas schießen. Ja, aber die machen so... Du kannst doch mit Bleikur, du kannst mit Papierkügel dagegen werfen. Hä? Das macht schon einen Gutschaden. So. Ja. Jetzt will ich aber noch die letzten paar Kürbisse. Komm schon, elf Stück sind es bei mir nach. Na ja, die kriegen wir jetzt nicht. Wir haben fast eine Stunde gebraucht. Um die paar zu finden, wo wir jetzt haben. Wir haben jetzt fast eine Stunde gebraucht, um die paar zu finden, wo wir jetzt haben. Los geht ja dann wieder weiter. Auf Wiedersehen. Was hat das denn mit dem Kürbisse? Bei der sauernden Kürbisse? Was hat das denn als Unterungsein vorliegt? Was ist denn mit dem Kampfgebiet? weil es mir darüber zu hier ja mir wo ich bin hinter euch du bist die ist gleich über uns ich sehe sie schon jetzt ist hinter uns ich ziehe aber nicht auf uns treffer das ist marcos arbeit nicht so hinten dass er mich trifft er brennt vor allem wie dein charles einfach echt boom gesagt hat k er hat wer er ist es explodiert und irgendjemand hier im autobus sagt ich hab auch gesagt wird im t-s-boom gesagt und im charakter auch boom gesagt es ist doch die in den schafften auch boom sagen halt wenn jemand von uns hat boom gesagt ja ne leppisch ist diese Prozent erledigt beschießen ist doch wie die lasse das ist wie bleiblich in werfen weil dafür brauchst du locker 10 Schuss um die Down zu machen und so eine Lip One klippt uns. Die macht einmal einen guten Schuss und wir sind weg. Wir sind ja irgendwo ganz oben auf so einen Scheiß Ding drauf. Da sind ganz sicherlich keine Größe. Da ist wieder die Lip. Doch doch. Ich stehe noch auf den Berg drauf. Okay. Wo war es gut? Auf Ellie haben wir gesagt. Dann fahren wir noch mal nach Ellie runter. Ja ich habe gesagt wir müssen jetzt dann. Oh die Lip. Jetzt machen wir die Lip. Und jetzt machen wir sie? Ich sehe es nicht mal. Jetzt machen wir sie weil sie da steht. Na ja. Die macht uns jetzt aber dermaßen tief. Ne die macht uns nicht. Die fährt einfach weiter. Die haut ab. Oh. Durch die durch. Ja ich bin ganz stein gefahren soll. Ich kann sie nicht. Ich kann sie nicht locken. Auch ein Stück. Stück tiefer. Ja du kannst sie hier nicht locken. Geben die hart. Oh fuck. Bisschen. Oh. Oh jetzt kommen zwei uns dann jetzt. Markus drifst du? Ja auch. Yes man. Yes the vertical. Also du sie auch kriegst. Also du sie auch kriegst. Also der XP in eine Truppe. Ey. Was machst du? Oh irgendwas ist hinter uns explodiert. Aber komm eine Mine. Ja. Ich bin mal wieder runter von der Straße glaube ich. Ja. Oder zu führen. Vor allem wenn dann sind wahrscheinlich die Kürbis auch irgendwo hier an den Bäumen denkst du nicht. Oh. War jetzt nicht so gut. Oh. 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 Warum haben die Laternen? Die Laternen sind einfach nur größer und leuchten ein bisschen. Okay. Okay. Also die haben quasi ein Gesicht reingeritzt in eine Seite. So wie eine richtige Kürbisflaterne. Kürbisfresse halt. So hier muss doch irgendwas sein. Ich werde da in den Bäumen. Das ist so eine perfekte Konstellation für so einen Kürbis. Direkt neben so einer Ausfahrt hier in den Bäumen aber leider nichts. Wenn ich neben meiner glaube ich dann nehme ich einen solchen Ding. Stopp. Umdrehen. Oh. Da ist einer drüben auf deiner Seite. Zurück. Na ja. Ich habe ihn gesehen. Da doch hier. Markus vor uns. Ja. Im Bruchteil einer Sekunde sehe ich die. Oh man ich habe wieder doppel Ladescreen. Ja wir haben Zeit. Warum nettes immer. Jetzt habe ich eben auch gehabt mit der Zeit. Keine Sache. Ja dreifacher Ladescreen. Ja. Das ist ein Bug. Chill doch. Er ist so behindert. Er zieht wieder Brandunterdrückung. Ich drücke immer auf X. Wieso. Wie viel Schuss hast du noch Markus? Ich habe alles. Auf. Nee. Solltest du auf jeden Fall nicht mehr auf Kürbisse schießen. Ah da ist die Walküre. Ja mach. Ja nein die ist schon weg. Ist weg. Da flog grad ne Skite irgendwo. Ja. Ja aber mit einem Schuss machst du so. Alex vor uns ist wieder ne Skite. Machst du nix dran. Du hast doch nen Enhilator oder? Das ist ein Skites. Hock. Hock. Achso. Warum hast du die Hock alter. Die habe ich schon vor zig Jahren mal gekauft. Oh. Hier ist einer. Wo? Da. Feuerschutz. Gibt Aroma. Voll dicker. Hier. Position. Weiter kommt einer. Ähm Skites. Böse. Sauer. Böse. Ja. Oder ich schau dass ich uns irgendwo safe hinkrieg und dann stecht der uns vom Becken. Alter mein Harris da ist einfach nicht mehr weiß sondern der ist schwarz. Das ist schon wieder bei Ellie. Ja weil bei Ellie wissen die halt auch dass die farmen können weißt du? Zwei. Was ist das jetzt? Was? Zwei jetzt schon? Zwei. Vor allem wie ich die beide ausspiele. Das ist halt der nächste Witz. Drei. Vier. Come on. Fünf. Dann steig aus ich komm als Spion hack das Terminal und wir können dann dort äh. Ich pack hier im Turm jetzt da. Was anderes zähl noch. Ja ist gut. Schnell. Achso dann halt ich bereit die schießen wahrscheinlich gleich rein. Ja von beiden Seiten. Was? Ja. Sponbiegen ich hole mal Spion. Ja ja ich lebe nach. Ich gehe ich lauf hoch auf den Turm ok? Ja. Markus. Nein ich wurde weggeschossen von der Zeit in die Tür. Das war dann auch die Kürbis Farm Aktion 2014. Naja 15. 15. Ja ihr wisst bescheid Leute. Das das Event läuft und ich zeig den anderen beiden jetzt mal noch schnell wie sie die Leder Gesichter am Mission weiter treiben können. Und bis dahin würde ich sagen. Servus und ciao. Ciao. Ich bin mir dachte ich. Ciao. Ciao. Ciao.